Ja, weil er eben jetzt zwar kurzfristig aktiviert, aber denke ich, der Mannschaft neue Impulse geben kann, was Leidensfähigkeit, Einsatzbereitschaft, defensive Einstellung betrifft. Wir werden ein straffes Training haben. Wir werden wieder durch einen neuen Reiz, egal wer jetzt Trainer geworden ist, bist du als Mannschaft auch gefordert. Und ich hoffe, dass wir das am Samstag gleich zeigen. Was heißt überrascht? Es waren ja nicht die wirklich offensichtlichen Lösungen vorhanden. Dementsprechend war jede Entscheidung auch ein Stück weit überraschend. Aber ja gut, Jupp Heynckes steht dem FC Bayern nahe und andersrum. Und dementsprechend versucht er uns zu helfen. Und wir als Mannschaft müssen da in die Bresche springen, dass das auch positiv wird.